Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Zwei Mütter sitzen zusammen und unterhalten sich. Sagt die eine Mutter, mein Sohn ist Autist. Sagt die zweite Mutter, oh cool, in welchem Zirkus? Das war der Montagswitz für die Woche und mein Tribut an den internationalen Autismus-Tag, der am 2. April gefeiert wird. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nicht vergessen, Lachen macht lustig!